Wir wissen, womit wir es zu tun haben. Am Arsch. Geil, das Objekt redet mit Harvidschers Stimme. Geil, das Objekt. Geil, das Objekt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 das tolle ist die wollen alle durch diese seite aber nicht heute nichts da woa Also ich wusste, dass ich das nicht schaffen muss, aber es gibt ein Achievement. Aber es könnte sein, dass es ein Verlust im System ist. Kein Verlust. Die Sedativen sind nicht funktionieren. Sicherheit! Ah ha, das ist eine Fussur. Likes können nicht in Deckung gehen, das ist gut zu wissen. Wir haben fast zwei Tage verloren. Zurück sind ihre Sicherheitssysteme komplett für den Arsch. So, wo müssen wir hin? Das werde ich aber so verhindern müssen. Wow, was war das denn bitte? Der hat nicht gecharged. Wer sagt das? Der hat nicht gecharged. 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 Dieser Timer kann übrigens wirklich ablaufen. Das war nicht gecharged. Der hat nicht gecharged. Der hat nicht gecharged. Der hat nicht gecharged. Das war nicht gecharged. Der hat nicht gecharged. Warning, collision with mass relay is imminent. Begin evacuation procedures. Alert! All colonists living in the Bahak system. This is... Shepard, no! Do you have any idea what you've done? You leave me no choice. If we can't stop this asteroid, it must be destroyed. Tell me where to find Dr. Amanda Kansen. Dr. Kansen is traveling to the Reactor Core Module. An Ezo Core Meltdown should do it. Because of you, everyone on this rock will be obliterated. Not if I get to you first. Open fire! That means we couldn't be a Batarianer. Don't try to stop me, Shepard. I have to do this. I've already activated the project. We can still escape this rock. There is no escape. There's no redemption for what you've done. I will die, never having seen the Reapers blessings. And you will just die. Damn it, Kansen. Shepard is during the Cutscene, where... Also... Ne, he is during the Cutscene, where he is not the Serbiotica, and... Ne, he would just keep him in there. But... So... So was machen wir ja in Cutscene's, not? Ach, here's glass! That's... Hä? That glass had we before not seen. But... Even if that glass has nothing to do, there's nothing to do. There's nothing to do. Too much. But... We're not in this thing. Ach so. I... Wie kann ich die Reaktoren stabilisieren? All Automatic Safety Protocols have been overwritten to stabilize the reactor core. Manually insert Cooling Rod A from this control station. Manually insert Cooling Rod B from control station B. Doing so will stabilize the reactor core. Cooling Rod A reinserted. Reactor 1 process has begun. I need more time. Get in there. Ähm, wo möchte ich denn hin? Also, wo muss ich hin? Die Richtung? Sieht gut aus. Das ist ein Gegner. Vielleicht das aus einem Glasboden. Das sieht man das Ding gar nicht. Und jetzt? Achso. Ach, hab ich da ein Zeitlimit oder hab ich einfach nur das getriggert, indem ich da vorbeigelaufen bin? Achso. Kannst du vielleicht aufhören? So. Achso. Achso. Achso, wir stehen jetzt auf die Kisten rum. Achso. 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 So, da drüben wir es. Reaktor Temperature approaching critical. Reaktor Meltdown reverter. Core Temperature dropping. Ja, werde ich machen. Ich glaube, das wird nicht... Weil selbst wenn sie die Triebwerke abschaltet. Wobei sie können natürlich trotzdem noch... Ja, wenn das... Wenn das Astro nicht schnell genug wird, dann würde das vielleicht noch was bringen. Na, da kann ich nichts machen. Ach, da ist ein Aufzug. Steig von der Reaktion. Du hast alles verletzt. Ich kann nicht mehr die Räume hören. Schau mal. Jetzt! Du hast sie weggezogen von mir. Ich werde nie sehen, dass die Reapers ein Räume sehen. All du hast zu tun, ist... WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Wir haben weniger als eine halbe Stunde. Aber das war auf jeden Fall eine Gehirnerschütterung. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Mein Helm hatte ich jetzt einfach mal dabei. Okay. Das war auf Oh Wir müssen die Mecke erledigen. Aber die Aussicht ist echt geil. Kann es sein, dass mein Gewehr sogar effektiver ist. Also gegen Panzerung zumindest. Ja. Soviel zum Thema schwere Waffen. Soviel zum Thema schwere Waffen. Soviel zum Thema schwere Waffen. We will sacrifice, and we will find a way. That's what humans do. Know this as you die in vain. Your time will come. Your species will fall. Prepare yourselves for the arrival. Commander Shepard, Normandy inbound for pickup. Roger that. Get us out of here, Joker. What? I'm sorry. I'm alright. I'mini, Tom. Das war's. Das war's. Ich hatte keine Wahl. Ich habe die Fahrzeuge mit ein bisschen mehr als eine Stunde geöffnet. Ich versuchte die Baterian-Kolony, aber ... ... die Zeit kam. Die Baterian-Kolony haben keine Survivoren aus dem Aratat. At least du versucht. Und du glaubst, die Reeper-Invasion wirklich war eine Bedrohung? Kein Problem. Wir haben quasi Minutes zu sparen. Ich bin sicher, dass alle Details in deinem Begriff sind. Ich will nicht lie, Shepard. Die Baterian-Kolony wollen Blut. Und es gibt nur genug Evidenz für eine Witch-Hunt. Und wir wollen keine Krieg mit den Baterian-Kolony. Nicht mit den Reepern auf der Galaxie. Was sagst du? Du hast getan, was du getan hast. Aber ... ... es waren mehr als 300.000 Baterian-Kolony in diesem System. Alle tot. Ich hoffe, das war's wert. Sie sterben, um Trillionen Leben zu retten. Wenn ich sie retten hätte, dann hätte ich sie. Wenn ich sie schief, dann hätte ich sie. Du sprachst an der Kirche, Herr Kommander. Wenn es zu mir wäre, dann würde ich dir eine verdiene. Kein Problem. Nicht jeder wird das so sehen. Also, was sagst du? Ich werde mich stellen. Ich werde mich stellen. Ja, Herr Kommander. Ja, Herr Kommander. Ja. Okay, dann würde ich sagen, das war's mit Let's Play Mass Effect 2. Ich hoffe, es hat's gefallen. Und falls ja, hoffe ich, ich sehe euch wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Mass Effect 3. Bis dahin. Bis dann.